Die Integration von Naturierungslösungen in Städten ist zu einem grundlegenden Ziel geworden, um nachhaltigere und effizientere Räume zu schaffen. Therapia Urbana besteht aus einem Team von Fachleuten, die sich unserem Ziel verschrieben haben, die Natur in die städtische Umgebung zu bringen. Wir arbeiten daran, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern. Das Unternehmen ist aus einer Gruppe von Forschern der Universität Sevilla hervorgegangen. Experten für Stadtnaturierung, die sich für die Natur, die Begrünung städtischer Räume und die Artenvielfalt in Städten begeistern. Wir gehen stets Hand in Hand mit Innovationen und unserem Engagement für wissenschaftlich fundierte FNINI, um unsere Lösungen verantwortungsvoll und konsistent zu gestalten. Heute ist Therapia Urbana ein international anerkanntes Unternehmen, das in mehreren Ländern und Kontinenten vertreten ist und dank eines engagierten, talentierten, effizienten und hochqualifizierten Teams für einige der wichtigsten Projekte in Europa verantwortlich ist. Das Wissen und die internationale Erfahrung, die wir in den mehr als zehn Jahren unserer Firmengeschichte erworben haben, ermöglichen es, uns Lösungen für eine breite Palette einzigartiger Projekte anzubieten. Wir begleiten sie in allen Phasen des Projekts, von der ersten Entwurfsphase über die Installation bis hin zur späteren Wartung. Die vertikalen Gärten von Therapia Urbana basieren auf unserem patentierten Phytotextilesystem aus eigener Herstellung, dessen Produktion vor Ort erfolgt und später direkt von uns vertrieben wird. Wir verfügen über ein Netzwerk von Partnern und Installateuren in der ganzen Welt, mit denen wir mehr als 30.000 Quadratmeter vertikale Gärten und Projekte in mehr als 25 Ländern entwickelt haben. Das Engagement für künftige Generationen, die Nähe und Professionalität, mit der wir jedes Projekt angehen, sowie unsere internationale Vision sind die Werte, die unsere tägliche Arbeit für eine nachhaltigere städtische Umwelt bestimmen. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft!